Hi, da wir ja pandini.de vor ungefähr zwei Monaten eigentlich releasen wollten, hatte mich der Server-Owner gebeten, einen Server-Trailer zu erstellen. Da es aber wegen einigen Veränderungen im Team nicht möglich war, den Server noch rechtzeitig zu releasen, habe ich den Trailer verworfen und arbeite derzeit an einen neuen Trailer für den Server. Da ich jedoch die Arbeit, die ich bereits getan habe, nicht unbedingt komplett verwerfen möchte, release ich mal den Trailer hier auf YouTube. Bevor ich den Trailer aber nun abspiele, muss ich noch dazu sagen, dass was im Trailer zu sehen ist, nicht mehr aktuell ist und sich, wie vorhin erwähnt, sich einiges getan hat. Doch jetzt würde ich erstmal sagen, los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.